Alter, was für eine Reise. Ja, wirklich, come on. Ja, wirklich? Hold on to your socks, cause they're about to get blown off. Nice. Nice and golems. What? Those golems are done with the monsters. They won't attack us, will they? Ask me no questions and I'll tell you no lies. That didn't actually... Ask me no questions! You guys hear that? What? All that stuff whispering, take me, take me now. I think it's saying, Olivia should get to take more than Axel. But why? Because she's cooler. You want her to take a few things? And by few, you mean all, right? I'll just fetch the Super TNT. It's right up there. How are you going to get up there? I have my ways. A little practice? Oh, and feel free to help yourselves. Just make sure you keep an eye out for the gunpowder. We'll need to make that for Midabob. Okay. Let's see what it's like here. The gunpowder is good. Are you in paradise or what? Honestly? I'm more than what right now. All this power went straight to my head. And then I got a head rush. And now I'm too overwhelmed to take anything. Stay strong, Axel. I'll try. That I want everything. Peng? Peng, talk with... What? Are you both doing okay? It's gotten really bad. Part of me is hoping that... When we bomb the Witherstorm, this sickness will just dissipate. I'm sure it would be nice, huh? Well, it makes sense, doesn't it? I had the same thought. Well, fingers crossed, right? Toes too. Hmm. Hopefully... Funktioniert das auch so. Einfach. Ruben? Ruben? Ah, is okay. Just because everyone else is grabbing something, doesn't mean you have to too. Gibt's denn sonst noch irgendwie was? I mean, it would be really handy to have Glowstone dust. But it would be so cool to finally have my very own spider eye. Big decision. I'll leave you to it. Hey. I'd rather have Glowstone dust. I don't need... I don't need a spider eye. Niemand. My Karte Action. Cool. Hey, Zorin? Jesse. I think I've got almost enough gunpowder now. Ich bin froh, es zu hören. Und Jesse, ich bin sorry für nicht den Ort so organisiert, wie ich sollte. Es ist sehr schrecklich. Und hier ist mein Super TNT. Warte, aber ich dachte, Super TNT war das Vermittabomb. Natürlich nicht! Sie sind zwei völlig unterschiedliche Worte, nicht sie? Wir bauen uns ein Vermittabomb. Ja, wir bauen uns ein Vermittabomb. Wie bauen wir uns ein Vermittabomb, genau? Wir bauen uns das mit einem Vermittabomb? Die Rezeption ist ziemlich einfach. Super TNT in der Mitte, und gunpowder, all around. Got it! Nein! Nein, nein, nein! Die ingredients sind sehr unendet, sogar sie in einem sehr nahe zu einem anderen ist. Okay, wir haben nicht die Vermittabomb noch, aber zumindest haben wir die ingredients, zu bauen. Und jetzt, dass wir sie haben, wir... Wir? Ich bin tatsächlich nicht erinnert. Du musst mich helfen, Jesse. Ich bin für irgendwelche Informationen hier. Wir müssen einfach ein Weg finden, um es in die Witherstorm zu holen, um es zu spüren. Oh, oh, mein Gott. Oh, ich bin Angst. Mit dem Ende unter Wasser, die Endermen versuchen, zu retten. Maybe we should leave, before any of them show up. Of course! Of course! To the Minecarts, everyone! I've been waiting ages to say that. To people, I mean... Oh, 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 oh... Retten wir die Welt! Oh, oh, oh... Nee, schau ihn doch nicht an! Ein Blockbastle. Wenn selbst die Munze flüchten. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Worry about what they're running away from. I feel like that got bigger. It did. It's for Midabomb time. Sorry? It's him! It's you! Hello, old friends. Kommt schon, wir haben nicht viel Zeit. Ich bin nicht. Es ist Zeit, wir gehen. Wir bekommen nur ein Schuss auf das. Erinnern Sie, als die Formida-Bomb ist, wird es in ein paar Sekunden explodiert. Das bedeutet, dass jemand die Formida-Bomb macht, wird in großartige Gefahr. Ich warst, dass... Na, vielleicht können wir einen Schuss machen. Haha, nicht auf mich. Ich glaube, ich habe einen Schuss gemacht. 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 Und in der Karte. Meine Schuss sind nicht wie sie waren. Wir haben die Formen der Stöhne. Wir haben nicht mehr Zeit. Ich werde den Formida-Bomb ausbauen. Ich werde den Formida-Bomb ausbauen. Danke, nicht auf dich auf dich. Entweder nicht. Ich habe eine離ose Schuss. Ich habe eine andere Länge. Ohne 20-Jasen. mach meine Armour besuchen. Es wird helfen. Ja... Du kannst mich nehmen. Es hat mich ausgehten. Ich werde mich aus viele Fälle. Nein. Ich schwelte. Es passiert, wenn ich mich nicht entscheide. Ich weiß es nicht. Ich habe das nie gefunden. Ich glaube, du wirst nicht wissen, was der 5. ist. Quintuple, alternativlich Pentuple. Auf dich, Jessie. Real Armor oder Nerd Armor. Jessie, du verdienst das. Was du machst, bedeutet, wir werden alle sterben! Was? Jessie, du musst eine Krafting-Tabelle anziehen und das Formidabon machen. Alle anderen, gehst du einen Freund und spiel. Wir müssen den Witherstorm auf der Straße halten. Also bilde, bilde, bilde! Jessie, nicht vergessen, Super TNT in der Mitte! Und Gunpowder all around! Hätte ich nicht vergessen, danke! Holy shit, jetzt wird's actionreich. Ich hoffe, das funktioniert! Nicht schauen, machen! Nicht schauen, machen! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ich hätte es fast geschafft. Komm schon, schnapp dir das ganze Zeug. Es ist Luft schwimmend. Okay. Dann nochmals. Nimm das Zeug Komm schon F Super TNT Sack Haben wir es geschafft? Sieht so aus, als ob es geklappt hätte Oh, nein Oh, nein Hey, not to put a damper on the party, but anyone seen Sorin or Elagard? Oh, no. No, Elagard. If only I'd known what Jesse had told me, that you still considered me a friend, I might have... I let so much time slip by, and now... Oh, Jesse. Elagard. My armor really suits you, Jesse. I want you to keep it, okay? It's certainly not going to be much use to me now. Please don't die, Elagard. Please, just hang on a little longer. I'm trying, Jesse, but a little is all I've got left. Well, Sorin, at least I finally got to be a real hero, right? All those people, they're alive. The Witherstorm didn't kill them. Jesse, those people. You have to help them. All of them. Make sure they get out. Don't leave anybody behind. I'm not going anywhere. Not without you. No. Come on, Ruben. We've got a job to do. Shout out, shout out. You guys help the survivors. I need to make sure we find the people who might be trapped. Get to safety. There are people over there who can help you. Thank you. Thank you. You're going to be okay. I promise. I... thank you. That's for a bitter end. It's all over now. My friends are going to help you. I hope you're right. Thank you. That's a good one. No. The command block. That's impossible. I don't understand. Sorin said the Formidabomb would destroy it, but it looks fine. No. No. Guys. Over here. No. No. Somebody. Help me. Can't hold on. What? I thought you were dead. I saw you. Was ist hier passiert? Ich werde alles erklären, aber nicht jetzt! Nein! Fuck, es ist noch nicht vorbei! Ich dachte, das wäre das Ende! Was ist das Ende? Wahrscheinlich... Was? Wer ist Gabriel? Was? Nächstes Mal bei Minecraft Story Mode! Nächstes Mal bei Minecraft Story Mode! Faced with a devastating defeat... ...our heroes will have to search deep within themselves... ...in order to rise above tragedy... ...heal broken friendships... ...untangle bitter rivalries... ...and find the strength... ...to make one last stand against the storm! OutRiver Bang! OutRiver Bang! Was für eine Episode das ist! Wow! Wow! Unglaublich! Episode 3! Am allerletzten Ort! Du und 35,8% der Spieler habt euch... ...in der Mühle für das Amulett entschieden! Du und 63,8% der Spieler seid Lukas am Ende gefolgt! Du und 61,3% der Spieler... ...nicht... ...gib mir 5 Rupen! Was? Das ist glaube ich ein Übersetzungsfeld... ...checke ich nicht was damit gemeint ist... ...auf jeden Fall ähm... ...ja... ...crazy shit... ...was für eine Episode... ...viele Action... ...viele Abenteuer... ...Elegard ist leider von uns gegangen... ...schade... ...um sie... ...und der Riddlestorm ist trotzdem nicht besiegt... ...ja... ...wie es weiter geht... ...sehen wir beim nächsten Mal... ...bei Episode 4... ...vielen Dank fürs Zuschauen... ...und bis dahin... ...haut rein! Tschüss! ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020